Jo Leute, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Dead by Daylight. Ich bin heute als Mac unterwegs mit folgenden Perks, den Strike, ich bin sogar die Obsession, Flink, Eisener Wille und Selbstheilung. Mal gucken, welchen Killer in der Runde ist. Hm. Gehen wir mal zu diesem Generator hin. Prima. Die Hauptlautsch-Därker ein bisschen. So, dann hört ihr mich auch sprechen. Und jetzt ist es ein Krugerino. Ach da. Was will der? Ach so, der will so seinen Grillhaken. Oh oh. Ach, das ist nicht schlimm. Oh oh. Oh Gott, ey. Fast hat der mich schon verarscht. Wow, da habe ich das selbst nicht mitgearbeitet. Hä, wo ist der denn? Der ist unsichtbar. Hä, warum kämmt der denn so? Na, das könnte eine sehr schnelle Runde sein. Das war ja auch gestern Rang Reset. Und der wurde gerettet, sehr gut. Und er geht wieder zurück. Um zu campen. Oh, komm, Fähigkeit, check. Warum kommt keiner? Sonst bin ich gleich hochgeheilt, wenn er ist kein Fähigkeit, check kommt. Jetzt kommt einfach keiner. Hey, dann kommt keiner. Wenn. Na, dann gehen wir jetzt am Generator ran und versuchen da. Dass jetzt mal ein Fähigkeitscheck kommt. Hat schon mal geklappt. Besser als bei der Selbststellung. Warum hat die Dritten... AFK, oder was? Stand mich da oben immer rum. Da hinten. Ich feiere mal kurz. Vielleicht kommt er ja. Ich gehe wieder nach oben. Zu ihrer Lieblingsstelle. Wir werden halt diesen Generator machen. Er kämmt halt so. Den kann man nicht so wirklich retten. Du hast doch keinen Fluchtversuch, du kannst doch die Zeit raushauen. Ich werde jetzt einfach mal retten gehen, er muss ja eh erst in den Traum ziehen, von daher hier eine zweite Chance für dich. Nimm mich, nimm mich. Boah, guck, wie er tunnelt. Boah. Naja, und dann kann dagegen, es ist halt ein bisschen doof für die Runde denn. Oh, hieß ja auch schon alles weg. Wer wird da dazwischen? Ja. Ah, er dreht um, ne? Ja. So, da jetzt kann ich mal flink einsetzen. Verarschen kann ich mich alleine, ne, nicht, doch mal. So, warte mal. Okay, warte mal, hier, doch, war noch was. Dann, mach mal bitte kaputt. Wenn hier auch schon umgeworfen wurde. Ich seh ihn nicht. Das ist nicht so. Hm, hm. Es kommt wieder kein Fähigkeitscheck. Na toll. Oh, er ist jetzt da, oh, oh. Oh, er ist jetzt da, oh, oh. Oh, er ist jetzt da, oh, oh. Ich spring durch, danke. Er will so nicht lieber durchspringen, genau. Hat doch gleich mehr Spaß. Ja, genau. So können wir das regeln. Ich spring durch. Ab, nach draußen. Oh, oh. Komm. Noch einmal, spring noch einmal durch. Oh Gott. So, mehrmals kann ich nicht. Jetzt müssen wir weg hier. Ah, schade. Ich wollte den verarschen. Na gut. Na ja, komm. Jetzt hab ich gar nicht mal die Twist losgelassen. Und bei mir wird der richtig cappen, glaube ich, wird nämlich schon erwischt. Solange wie ich die schon juke. So, hier schaffen wir auf jeden Fall noch eine Runde. Na, was willst du denn machen? Oh Gott ey, der ist ein bisschen blöd. Na gut, war ja auch gestern ein Rang reset. Das heißt, ich bin wieder Rang 20. Statt Rang 1. So. Jetzt kann ich aber runter machen. So. Jetzt kann ich aber runter machen. Ich denke, geht's halt weiter hier hin. Bis der letzte Generator durch ist. Und Freddy, was willst du machen? Ah, schade ist. Eigentlich hätte ich noch eine Runde mit rummachen können. Ja. Er kommt einfach mit mir rum. So. Ne. Jetzt riecht er wieder auf. Das bringt nichts. Ähm. Oh, oh. Ich glaube, das ist schon... Ja. Flink. So. Oh, gut. Die Panette wurde noch nicht gezündet. Er will mich nicht mehr. Doch. Er will mich doch. Nach oben geht jetzt nicht. Ähm. Ach, er kommt wieder. Da oben ist sie anscheinend ja gut. denn. Wo haben wir einen Generator? Ich glaub da... Ja, da war einer. Ja. 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 Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich noch mal retten gehen soll. Ja. 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 Ich hab dich. Oh, Mist. Ich will immer das Beste haben. Es ist... Warum auf einmal nicht mehr campen, oder was? Ja, ich geh jetzt überretten. Anscheinend kämpft er ja halb campen, macht er. Halb, halb campen, genau. Du kommst jetzt runter. Lass ihn doch nicht sterben! Oh, ey. Wo, wo kommt der? Na, schade. Da konnte ich ihn nicht austricksen. Ja, dann müssen wir jetzt halt halb juken machen und wir werden erst die Luke finden. Wenn es anders nicht klappt, jetzt. Boah. Ja, ich glaube, hier wird nichts mehr sein. Ja, wo könnte... Wo... Wo würde ich mich... Wo würde ich mich verstecken, wenn ich die Luke... Ich hab' ich hör' sie... Ja, wir sind entkommen. Alles soll... Alles wie gelockt. Zack, GG. Das ist eine gute Runde. An den Punkten... 23.000. Oh, Gott, ähm... Oh, Gott, ähm... Ein... Schlechter. Nur ein Perk. So, das war's... Für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja, und bis dahin. Tschau. Das ist es, Brian? Ja. Bis zum nächsten Mal.